sind wir jetzt hier beim klünen klipfen ah ne noch nicht ganz oben vorletzte oh man alles Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Was ist denn eigentlich nur so ein Ding rein? Check! daneben so jetzt können wir uns den anderen noch holen kann es sein dass meine energieleiste irgendwie mal größer wird dass durch die kristalle die energieleiste größer wird das könnte sein das war jedes mal wenn ich die kristalle voll habe da bisschen mehr energie hinzu kommt wo ist es denn hin Oh, oh, oh! Und jetzt Y Y Y Ich drücke nach Y Hallo Oder wo ich jetzt über den Hüpfen Ne Ich drücke Y Der macht aber nix Hä Alter Oh Ah, einfach nur draufbauen. Gar nichts, Y. Was macht er jetzt? Ah, 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 ah. Damn. Wow. Wow. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Oh Wow Die Magma Ruinen Sowohl wahrscheinlich das letzte Level Außer es gibt ein Spezial Level Ich weiß nicht, ich glaube Aber wir schauen mal Wo uns das alles hinführt Da Wir lassen uns überraschen Was uns das Ende so zu bieten hat Was? Was? Schau! mach mal hin hier hier drüber hier 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 immer so in den letzten sekunden leben gerettet das soll da oben drauf ich verstehe dann schieben wir das erstmal hier rüber und dann brauchen wir noch was unten magma okay wir schieben das hier jetzt dann noch mal was ist mit dir waren das ist doch nicht los ohne dass ich da runterfalle so jetzt heben wir jetzt auch dann müssten wir eigentlich hier hochkommen check wo ist das wieder da rüber schieben oh Oh, oh, oh. Alter. Alter. Ich sehe nichts. Mann, 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 Mann. Schmerz. Klemmt so ein bisschen. Wow. So, nochmal. Äh, nochmal. Wohin? Hä? Achso, hier. Boah. Alter, ernsthaft, von da hinten, ihr blöden Viecher. Achso, 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 achso. Achso, 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 achso. Autsch! 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 Alter, mit einem Ding bin ich tot. Ah, mein Knie. Verdammt. Oh. Ach, das ist schon drin. Ich brauche gar nicht mehr schleifen. Tschüssi. Hier kommst du nicht rüber. Haha. Alter, wieder. Absolut. I love it. Oh 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh! Oh! Toch caer el pozo! Oh! Aaaaaaaahhh! Aaaaahh! Das war das Ende. Alter. Really? Okay. Den Abspann mache ich mal weg. Und dann schauen wir mal. Okay, so. What's new? Kann ich an die einzelnen Portale gehen oder so? Nehmt es nicht. Nehmt es nicht. Ich kann nur hier hingehen. Toll, dann kann ich hier raushopsen. Und dann bin ich ganz am Anfang, richtig? Was jetzt hier so drin ist? Wo ich am Anfang nicht reinkam? Ja, okay. Dann kann man die ganzen Tafeln sammeln. Super. Für was? Ich glaube, mit Sicherheit jetzt nicht nochmal durch die ganzen Levels. Ist ja jetzt hier dieser Anfang. Genau, ich bin wieder ganz am Anfang. Man könnte sich hier rumrennen, Statuen sammeln und so weiter und so fort. Aber das war's dann mit diesem Spiel. für mich einmal durch und gut ist. Dann bis zum nächsten Let's Play und bis dahin dann auf Wiedersehen.